Wie auch immer. Vielleicht ist das hier... Da komm ich her. Vielleicht musste ich hier gar nicht hin. Achso, ich muss da rauf. Das schon. Und dann? Äh, warum glaube ich nicht, dass das funktioniert? Ja, genau deswegen nämlich. Gut. Vielleicht, wenn ich es ein bisschen tiefer... Danke. Okay, also. So. Hier geht es nirgends. Okay. Okay. Vielleicht muss ich ja so ein Stückchen tiefer und dann... Oh, ist das fies! Oh, ist das gemein! Na gut, aber ich hab... Okay, ich hab's... Glaube ich hoffentlich verstanden. Boah, ist das so fies! Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Ja, sie werden gebacken und gebraten. Nein. Und dann gibt es Kuchen, nachdem ich hier backen wurde. Hab schon verstanden. Hab schon verstanden. Machen wir so. Ich hab Angst. Ja, aber es hat ja funktioniert. Wenn ich dann... Äh... Huh! Gerade so? Irgendwie? Okay. Hä? Ich weiß nicht, wie weit diese Plattformen gehen. Müsste passen, ne? Ja. Okay. Äh. Ich muss... Ich muss da doch... Oh. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder mit Schwung. Ja. Was ist hier? Oh nein, nicht wieder die Laser, Leute. Ach du Scheiße. Äh... Alter Schwung. Dock dich mal. Okay. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, ich kann von hier gar nicht. Ich überlege gerade, ob das deren Ernst ist. Scheiße. 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 Ja, wo soll ich denn da hin? Lass mich mal nochmal gucken. Duck dich mal. Ja? 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 Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Mal gucken? Ja! Haha! Jut? Das hat mich nicht getroffen, ne? Nein. Gut. Das hat nur gehangen. Okay? Jetzt hab ich ein weniger. Oh oh. Oh oh. Machen wir mal so. Ähm. Noch nicht ganz ein Stückchen höher. Gucken wir mal. Na komm, mach den Tod. Und, und, und? Hab ich getroffen? Nein? Ich seh' ja nicht mal genau, wo ich hinschieße. Knapp daneben. Was bin ich denn eher da? Aber das passt doch auch nicht. Von oben treffe ich den. Vielleicht hier von der Seite? Äh. So da ungefähr? Gucken wir mal. Was passiert? Zu hoch. Okay. War der doch nicht so hoch. Oh oh. Was aktiviert. Okay, ich glaub der hat mich gesehen gehabt, deswegen. Wo genau segelt der denn daran vorbei? Wenn ich das sehen würde. Wenn ich das sehen würde. Ich muss mal kurz. Ah! Nein! Oh Gott, bin ich blöd. Nochmal. Ist der schon ausgeschaltet? Ja, gut. Hat er speichert. Sehr schön. Und wer mich denn da treffen soll, weiß ich noch nicht. Und wer da ist? Zu weit links Versuchen wir es doch nochmal hier Was blödes, ich hab auch einen dummen Blickwinkel Immer noch zu weit links Irgendwie auch ein bisschen hoch Kann es sein? Eigentlich nicht Gucken wir mal Ja! Sehr gut Und jetzt versuchen wir mal hier drüben Bei denen da bekommen Weil der ist meiner Meinung nach zu hoch für die Seite hier Oben komme ich nicht ran, vielleicht von vorne Nicht ganz Nicht ganz, aber fast Glaube ich zumindest Also das ist reine Ne? Reines Ich hab ein Gefühl Probieren wir es aus Ja! Sehr geil, dass ich davon nicht getroffen wurde Wurde ich getroffen? Nein, ich wurde nicht getroffen Sehr schön Ich wollte gerade sagen, dass ich davon nicht Äh, getroffen wurde Ist Auch ein Wunder Du Kannst da Eigentlich Eigentlich brauche ich hier das eigentlich gerade gar nicht So Ich muss mich nur links Rechts Oben Unten von fern halten und Ok Ok Okay. Wo muss ich denn hin? Oh Gott, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss da eine Wand hin projizieren. Da eine Wand hin projizieren. Ja, ich weiß nur noch nicht, wie ich dorthin komme. Warte mal auf. Ich muss das nochmal mal so. Oh Gott, ob das funktioniert? Nein. Probieren wir nochmal. Kann ich noch höher? Müh. Nicht viel. Kommando. Kommando. Kommo.